Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo und ein Like freuen, damit ihr in Zukunft auch keine Videos verpasst und es würde mich auch mega supporten und würde mir zeigen, dass euch die Videos hier gefallen. Jetzt schauen wir uns mal den Item Shop an und gucken, was heute für neue Skins drin sind. Okay, der Skin sieht ziemlich strange aus. Also Charly Skin kennen wir ja schon auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite einfach kompletter Skelett und unten sieht man auch noch den kompletten Darm. Sieht sehr strange aus. Finde ich aber cool, diese Mischung sieht schon ziemlich nice aus und man sieht hier auch vor allen Dingen mal, wie klein das Skin eigentlich ist und wie groß das oben noch weiter geht. Finde ich sieht ziemlich cool aus und der hat ein integriertes Remote und zwar diesen Knochen-Trommler, würde ich mal sagen. Ist schon witzig, dass er einfach auf seinen eigenen Knochen-Musik spielt. Finde ich cool, der Skin gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir die Ghoul Trooper, äh die Ghoul Trooperin. Ähm, der Statician scheint ein bisschen Standard geworden, dass ein epischer Skin zum Beispiel nur ein grünes Backpack hat und es nicht mehr so ist, dass ein epischer Skin unbedingt ein episches Backpack hat. Und, ähm, ja, obwohl manche epische Backpacks lange nicht den epischen Status verdient haben und so sind Backpacks wirklich eine eigene Kategorie geworden. Ähm, hier auf jeden Fall im Prinzip das gleiche Backpack wie vom, ähm, ist der heute nicht mehr drin? Okay. Äh, auf jeden Fall von diesem einen Kuschel-Horror-Skin. Der hat, äh, das ist ja der Kuschel-Horror-Skin und hier sieht man im Prinzip noch das Gehirn. Sieht aber ziemlich cool aus, der Skin an sich hat eine zweite Version bekommen und zwar die Zombie-Version. Sieht ziemlich nice aus, gefällt mir auf jeden Fall. Wobei ich immer noch finde, dass für einen epischen Skin eigentlich dieses komplette Standard-Aussehen mit nur einer leicht veränderte Hautfarbe ist es einfach zu teuer. Wenn man mal überlegt, Brainiac hat im Prinzip genau die beiden gleichen Stile, die eigentlich genauso gut aussehen und es ist nur ein grüner Skin. Klar hat es kein Backpack, aber das Backpack macht den Preis irgendwie auch nicht gut. Dementsprechend hätte ich, wenn euch dieser Skin-Typ gefällt, hätte ich euch eher die männliche Version empfohlen, wo die jetzt auch nicht super breit ist. Ist nämlich auch genauso cool. Dann haben wir als nächstes die Kieferknackerin aus dem letzten Abrechnung-Set. Dazu gibt es ja auch im Shop hier das letzte Abrechnung-Paket, wo man nochmal drei andere Skins hat. Und dann gibt es eben halt hier als zweiten Skin noch den Nasch-Zahn-Skin. Alles komplett aus Schleim, sieht ziemlich witzig aus. Dann die Pixar-Doppelspitzhacke, hier klebt auch überall noch Schleim dran. Und als nächstes noch der Kleckerer als Spitzhacke, wo hier auch einfach nur ein Mund dran ist und sonst wieder nur ein Schleimgesicht. Sieht schon ziemlich witzig aus. Hier ebenfalls einfach wieder nur ein Mund, keine Augen, kein gar nichts. Dann einfach nur die Zähne da drin. Sieht witzig aus, gefällt mir auf jeden Fall das Set. Dann hier auch wieder außen, letzter Abrechnung-Set, Agentes Chaos, in zwei Varianten. Einmal mit der Modder-Variante und einmal mit der Standard-Variante, die Modder-Variante. Finde ich tatsächlich ziemlich cool, ist etwas komplett Einzigartiges. Gefällt mir auf jeden Fall. Chaos-Sensor ebenfalls hier komplett mit Modder. Sieht schon ziemlich nice aus, so als animierte Sensor. Ich finde es lediglich ein bisschen schade, dass der Sound nicht ganz so cool ist wie bei der richtigen Sense. Wäre auf jeden Fall nice gewesen. Dann haben wir hier die animierte schwarze Schleimlackierung. Leichte Animierung. Sieht aber nice aus als schwarze Lackierung, wenn man auch keine andere hat. Dann haben wir als nächstes den... Oh, hoch. Ich bin aus Versehen manchmal, da ich das am Fenster habe, weil es sonst für euch legen würde. Habe ich dann eben gerade einfach das komplett klein gezogen. Sorry dafür, by the way. Ja, auf jeden Fall der Kürbisagent. Eigentlich nichts allzu besonderes. Hat kein Backpack. 1500 V-Bugs. Finde ich ein bisschen zu viel. Dann haben wir fürchterlicher Funk. Klassische Halloween-Musik. Und zur Musik irgendwie so überhaupt nicht passen. Da passt einer Tanz. Sieht dementsprechend aber irgendwie ziemlich witzig aus. Dann haben wir hier als nächstes die Ultrasense. Einmal ohne Schimmer und einmal mit Schimmer. Ich weiß nicht, ob man, wenn man die Einstellung hochdrehen würde, ob man es dann besser sehen könnte. Aber so sieht man nichts. Mal gucken. Ne. Wird auch nicht so mehr. Also es leuchtet oder ein bisschen heller ist das dann. Aber irgendwie die zwei Varianten lohnen sich ja irgendwie nicht wirklich. Hat hier leider auch wieder keinen richtigen Sensen-Sound. Dementsprechend hätte ich hier wirklich eher die normale Sense empfohlen. Dann Kürbiskübel als Backpack. Sieht ziemlich nice aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann gönnt ihr Süßes. Gibt es ja auch in der Popcorn-Variante aus dem Season 4 Battle Pass. Und die hat wirklich ordentlich gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt da reinpassen soll. Finde ich eigentlich schade, dass es auch nicht leerer wird. Wäre nochmal ganz witzig gewesen als kleine Animation. Und eine klassische Schnitterspitzhacke. Sollte jeder wirklich haben. Die wird auch wahrscheinlich jetzt das letzte Mal drin sein. Oder vielleicht nochmal Ende der nächsten Woche. Aber seid ihr da nicht sicher. Wahrscheinlich erst nächstes Halloween wieder. Sollte man auf jeden Fall haben. Weil die einfach mega cool aussieht. Schön schlank. Gefällt mir auf jeden Fall. Das war es mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.